Kennst du schon Kick-Quiz? Wenn nicht, dann check ihn gerne ab. Und damit hallo Fußballfreunde und willkommen zu diesem kleinen Infovideo, denn mein neuer Quiz-Kanal ist jetzt seit einer guten Woche aktiv. Dort gibt es wöchentlich drei Fußball-Quizze für euch zwischen zwei und vier Minuten, sprich auch relativ kurze Clips, die ihr auch mal richtig gut nebenbei machen könnt. Ihr kennt meine Fußball-Quiz von Kick-Off, die ja jeden Freitag gekommen sind und aktuell auch dafür verwendet werden, ein Advents-Kanal mit Patrick zusammen zu gestalten. Und jetzt gibt es eben das auch als einzelnen Kanal, wo es montags, mittwochs und freitags immer ein Video gibt. Checkt das gerne ab, es sind schon vier Videos online, ihr könnt direkt anfangen los zu quizzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich live wieder zu den Live-Talks und täglich um 15 Uhr mit Thiele vs. Otto, mit eben auch einem Fußball-Advents-Klinder-Quiz. Und jetzt checkt mal gerne Kick-Quiz, ob wir mich freuen, wenn wir dort ein paar Leute begrüßen könnten. Und dann sehen wir uns bald wieder, macht es gut, ciao und bleibt am Ball!